Hi, hi, hier ist Sonny21. Wir renovieren und mobilisieren das Haus weiter. Letztes Mal haben wir ja die Küche geschafft. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Aber ich glaube mal, die Wohnstube schaffen wir. Und dann mal schauen, wie spät es ist und wie viel Zeit noch übrig ist. Ich würde sagen, nach dem Intro geht es gleich los. Sollte Mal Viertel haben wir angefangen an und zwar sollen wir erstmal spielen, weil wir kein Geld haben. Okay, hab's verstanden. Am besten machen wir jetzt zwei Runden und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen nach den zwei Runden. Ich wurde angestellt. Ich weiß nicht, dass ich da nicht rauskomme. Ich habe keine Züge mehr. Jetzt habe ich gar nicht drauf gedacht, dass Runden schnell fertig werden. Oh, oh. Ich will mal aufpassen. Aufpassen. Oh, oh. Ach schade, ich dachte, das klingt so eine mega Wunde. Hat das nicht die? Ne, hat nicht gedacht, aber jetzt. Jetzt habe ich gut aus. So, auf jeden Fall noch eine Wunde. Money, Money sammeln. Ach so. Oh, das war ein mega Knobloch. So. Okay, aber auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal ein bisschen mehr Geld bekommen zu putzen. Mal so. Ich will mir erst mal alles putzen. Wegräumen. Oh Gott, und das Holz. Ach nee, geht nicht. Ach, 990. 990. Gut. Alles über unseren Genos. Also nochmal zwei Runden. Und dann habe ich das mal ein bisschen mehr schaffen als nur eine Aufgabe. Und das mal den Knobloch. Und da war's. Und rein. Und nun. Und zwar mit Geld einsammeln. Aber wir haben Raketen. Das war jetzt aber richtig knapp. Okay, jetzt nehmen wir es mal her. Das sieht ja gar nicht aus. Ich würde sagen, als Wohnstube sieht das richtig schön aus. Besser als vorher. Aber ich glaube, dann reicht das auch schon wieder nicht mehr. Nein, nein. Das sieht ja aus. Wir haben blau viel, wir haben gelb viel. Ich weiß auch gar nicht, ob wir so viele Züge brauchen wollen wir noch. Ne, jetzt haben wir es geschafft. Aber diesmal gab es weniger Geld, weil wir zu lange gebraucht haben. Und zu viele Züge benutzt haben. Ein bisschen mehr Küchen. So, guck, guck. Miniserbombe hat er gebracht. Oh, oh. Ich habe ein gutes Gefühl, dass ich dich mal ein bisschen schnappig denke. Was haben wir denn am meisten, wenn ich mir so angucke? Wir haben schön menschen, wir haben blau menschen. Hm. Und? Geschafft. Pui. Danke. Oh, diesmal auch wir haben ein bisschen mehr toller Toller bekommen. Sehr schön. Ich gucke mal, dass wir mal weiter kommen. Oh, nein. Oh, nein. Dann nehmen wir das. Kommt da zum Flanzer hin? Einmal. Ach so, ja. Es tut mir leid. Die Wand hat mir leid. Okay, wir können gleich mit der Tasche spielen. Es tut immer, dass wir das wollen. Okay. Let's go. Let's go. Mm-hmm. 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 Outstanding. Mm-hmm. Oh, ein bisschen knubby knubby. Okay. Wann hat's gereicht? Schalt. Nee, immer noch. Oh, jetzt. Oh, noch eine Fehler. Jetzt aber. Mm-hmm. Das wird wieder wenig. No, noch automatisch. Oh. 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 One plus. You got this. Lord, you need the one now. Nice move. Outstanding. Mm-hmm. So. Komm mal. Mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. Wir brauchen noch den Bauwand. Wir brauchen noch das. Wir brauchen noch das. Wir brauchen noch jenes. Und ich denke mal, wir schaffen nur eins. Wir brauchen noch die Weiß. Und ich palavra sie noch nicht. Und wir brauchen sie. Weihooo. Wuhu. Das war mit Fluss. Es würd sein, dass die Welt nur die eingestellt mit Fluss. Hm, ich weiß. Aber ich denke mal mit dem Fluss sieht besser aus. Ah, da fehlt noch ein Nudel. Okay, da fehlt noch ein Nudel. Perfect! Woo, nice move! Okay, da fehlt noch ein Nudel. Und jetzt noch ein Nudel. Und jetzt noch ein Nudel. Oh, das ist nicht so gut. Und jetzt noch ein Nudel. Na, die kann ich nicht? Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich glaube, da war noch ein Nudel. Oh, ich glaube, da war noch ein Nudel. Naja, noch einmal müssen. Genau. Oh, das war schon irgendwie durcheinander. Weiß ich nicht. Ich war bestimmt schon in der Welt der Träume. Musste ich echt überlegen, ob man der Meinung nicht klingt. Nein. Hm. You're almost there. Hm. Oh. Ich hab das Gefühl, dass wir schon wieder einmal wirklich nicht so schön haben. Ich glaube, das wird diesmal eine Möwe machen. Oh, better luck next time. Ich will keine Dinge machen. Also nochmal. Let's go. Puh. Wir fangen von oben. Nach oben. An. Und dann müssen wir alles explizieren. Oh. Oh, das ist gut. Oh. Und dann zum. Oh. Na, noch nicht nach. Nass. Oh. 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 Die Maschmann ist ja so exklimatisch. Du! Hm. Das ist ein Futter zu lassen. Ja, ich würde es gelaufen. Oh, gerade so! Früher haben wir aber noch Glück gehabt. Natürlich würde ich mal schauen, ob das nicht gut passt, aber... ... mich hält nicht dazu! Blablabla! Da wollen wir erst mal wieder shoppen. Shoppen und Tatek video. Aber ich hoffe, wir haben die Wohnspiele nicht mehr Zeit. Gerade die Spiele sind noch immer schwieriger, muss es sein. So, die Ecke haben wir schon mal. Die Ecke sind fast da. Die Ecke sind fast da. Keep it up! You got this! Good job! Getting close! Oh, you got me mad in that. Hmm, good thing, good thing, good thing, good thing, good thing. Oh, 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 oh. Oh, das war aber diesmal sehr, sehr wenig. Was meinst du überhaupt? Oh, aber krass so. Wui. Und jetzt Lampel hell, ne? Okay, da kommt noch ganz viel, also wir haben ganz gut was zu tun. You got this. Ich weiß nicht, haben wir vielleicht schon erhöhen, das Ganze, mit den vielen, mit dem Geld verdienen, damit wir vielleicht noch mehr Aufgaben schaffen. Können wir sagen, wir machen vielleicht fünf dann ein bisschen. Und gucken wir selber hin. Nein. So, das wurde Hunde Nummer eins. Wir haben noch vier übrig. Oh, wir machen das für 150, dann bräuchte ich 10. Eieieieie. Na du, wenn ich zuhne. Also Eis hätten wir noch nicht mehr fertig, ok. Aber wir haben jetzt noch 15. Züge und Küssen. Kann man tauschen, kann man hier irgendwie eine extra Sache machen? Ja gut, wir haben gerade wieder. Aber keine Meisterleistung und nur auch keine Güte rum. Du hast das. Das war's. 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 So, wir haben es geschafft. Ich hätte es nicht gedacht, aber wir haben es geschafft. So, wir haben es geschafft. So, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. So, wir haben es geschafft. Wir flüten und wir sind immer noch ein bisschen. Ich hoffe, wie schadet ihr noch das mit der Wohnstube? Da war es nicht schön. Ah, jetzt auch hier, dachte ich schon, oh. Gut? Ja, nach vorne ist voll. Ja, vorne ist voll. Ne, jetzt war ich noch nicht. Da kann mir noch kein Tettig laufen. Da bin ich noch nicht. Perfect! Ganz close. keep it up Okay, jetzt kommt erst, ah, jetzt kommt erst so gut, noch mal ein bisschen, noch mal ein bisschen. Alright, let's go. Okay, jetzt kommt erst, ah, jetzt kommt erst so gut, noch mal ein bisschen. Das ist gut. Alright! Nice move! Aber wenn ich noch zu Wahl, mit dem Rakuten liegt er ja immer nach. Oh, jetzt aber. Ne, da ist noch was. Uh, ein Remix. Oh, mal den. Also gefallen hat mir keiner, aber gut. Gut, da kann ich noch mehr aus. Also ihr seht, in einer halben Stunde ist das meine Wohnstube. Ne. Outstanding. Oh, 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 oh. Jetzt wird es abacken ab. Jetzt wird es abacken ab. Oh. Oh. Reicht die Bombe? Oh, gerade so. Cool. Okay. You did it. Oh. Ich glaube, damit können wir nicht weitermachen. Ich will jetzt noch nichts ins Sanieren. Oh, devemet. Oh. Oh, das kommt nicht vor. Ich würde sagen, ich würde Folgen nehmen, bis wir wieder sehen. Das passt gut zu dem Vorhang. Oh ja, natürlich ist das immer. Warte, dann muss ich noch mal zwei rumspielen. Naja, wenn wir ein bisschen über der Zeit sind, das ist ja bestimmt auch nicht getragisch. Oh ja, das ist schon mal. Das ist wirklich gut. Wir sind jetzt hier. Wir sind jetzt hier. Ah, so close! Oh. Na gut, also wir kriegen gleich Energie in ein paar Sekunden. Wir probieren noch mal eine Runde. Und wenn nicht, dann müssen wir doch leider das nächste Mal den Tisch holen. So, versuchen wir noch mal. Oh. Oh. perfect. Oh man, eins kriege ich hin und das andere nicht. Ja, es tut mir leid. Ich hab's ja nicht geschafft. Und hier gibt's auch nur Geld. Nur nicht. Ja, es tut mir leid. Also das nächste Mal müssen wir dann weitermachen. Wir haben die Wohnstücke heute leider nicht geschafft. Und wie ihr seht, da kommt noch einiges drauf und zu. Wir haben noch nicht alles geschafft. Ich würde sagen, wir probieren uns beim nächsten Mal weiter. Und hoffen, dass ich nicht so viel Energie verbrauche. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss.